Scheiß, warte. Alter, das ist voll Tite, scheiße, fuck Tite, alter, ich bin der Rekordman, du verflückter Wichser, alter, was hast du eigentlich für eine scheiß Mütze auf, alter, was soll ich machen, mein Tiger, scheiße, fuck, scheiße, alter. Wie geil. Hey, meine Freunde, was geht ab, Sally wird wieder hier und ja, heute mal wieder mit einer neuen Runde, Jet Roulette und ja, ich muss sagen, Jet Roulette hat bei mir ein bisschen rumgezickt, es war halt so, dass manchmal immer die ganze Verbindungen ETC abgebrochen sind und ich dann wieder fünf Minuten warten durfte, dass ich wieder neu verbinden konnte, aber ich habe jetzt genügend aufgenommen, hoffe ich mal, ich hoffe es gefällt euch und dann wünsche ich euch mal viel Spaß, haut's rein, ciao. Darauf. Ach. 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 Ja. Warum, warum hast du ne Tigermaske auf? Äh. Weil ich... Also ne Tigermütze. Weil ich so stark wie ein Tiger bin. Ach so. Ja. Sieht man das mir nicht an? Hm. Ne, ich... Ich sehe da keinen Tiger. Bist du ein Tiger? Ich bin ein Tiger, ja. Das... Okay. Auf jeden Fall mal ein normaler Mensch auf Jet Roulette. Die anderen siehst du da mal nur so. Ja. Die Erfahrung habe ich auch gerade gemacht. Boah, das ist immer richtig behindert. Die... Die sagen einfach nichts, die sind einfach nur da. Hm. Hm. Kenne ich. Ich guck mal, was auf Jet Roulette ist. Hm. Ich sag auch nichts. Entweder das oder Schwänze oder Titten oder was auch immer. Ja. Mehr gibt's hier nicht. Normale Menschen zu finden ist bisschen schwer. Ja. Leider. Hat man wenigstens einen gefunden. Hat zwar nur ne Tigermütze auf, aber ich finde das ganz normal. Haha. Also ich habe ein letztes Mal gesehen, der hatte ne Boxershorts auf dem Kopf. Da dachte ich mir auch noch. Okay, warum nicht? Hey, ist ne geile Idee. Also warte, warte mal kurz, da klingelt grad was. Ja. Bis gleich. Jo. Next. Timos, äh neue Flamme. Wie neue Flamme? Bin ich jetzt deine neue Flamme? Nein. Nein. Nein, schade. Hey, du magst GTA. Mann. Nextet mich doch nicht. Ja, ich mach erstmal Camping Klein Nils. Kenn ich ja. Warte, mach ich den erstmal. Okay. Hallo. Weil das war so scheiße. Hallo, ich bin ja keine Nils. Ich bin ja 6 Jahre alt und wollte mal nachfragen, wie das mit der Biene und mit der Blume geht. Meine Mutter hat gesagt, wenn die Biene auf die Blume kommt und dann Piep macht, dann finden viele neue Bienen da. Aber das kann ja nicht funktionieren. Ich weiß ja nicht. Hä, 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 Hä. So eine Art. Hä, Hä, Hä. Hä, Hä. Scheiße, warte. Äh, Hä, Hä. Äh, äh. Alter, das Pointtitte ist scheiße. Fucktitte. Alter, ich bin der Rekardman, du verflügter Wichser. Alter, was hast du eigentlich für eine scheiß Snitze auf? Alter! Was soll das denn, mein Ziger? Scheiße! Fuck. Frisse. Alter. Alter. Hahaha, wie geil. Hahaha. Aha. Aha. Hm. Du bist aber verdammt sexy. Hm. Komm, rede mit mir. Ich will deine Stimme hören. Hm. Oh, ich krieg ein Herzchen. Oh, wie schön. GAY. Oh, ich bin GAY. Ich bin GAY. Ich bin GAY. Lutwende! AHHHH! Die Leute sollen es gut haben. Also muss man beiden Beute zuschlagen. AHHHH! Krimineller Lebensstil. Drum mit Dinger drehen. Digga, Geld machen irgendwie. AHHHH! GAY! GAY! Hey, GAYLORD! Hey, du GAYLORD! Hey, GAYLORD! Hey, GAYLORD! Hey, GAYLORD! Hey, GAYLORD! Hey, GAYLORD! Du Opfer, du! Och, könnt ihr bitte mal eure fucking Cam anmachen? Verdammte Scheiße, echt? Nur auf Schwänze und Tittensuche aber keine Cam anmachen können. Ach, er hat seine Cam an. Oh! 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 Was los? Warum lacht ihr nicht aus? Hey! Hey! Hey, was ist das? Ey, was ist das? Das macht mich voll traurig. Ich wollte dich nicht auslachen. Ich bin auch nicht. Du bist voll cool. Ich würde dich auch haben. Gibt sie in nem Shop? Oh! Oh, ich hab die geschenkt bekommen. Das weiß ich nicht. Oh, oh. Hm. Hm. Ist voll schön, gell? Ja. Das ist mein Haustier. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.